Hallo, mein Name ist Dietmar und ich bin bei Agreco Deutschland der Service Manager. Unser Unternehmen wächst und da brauchen und suchen wir dich. Agreco ist ein weltweit operierendes Unternehmen. In Deutschland sind wir über 100 Mann stark und operieren an sechs bundesweit verteilten Standorten. Hallo, mein Name ist Sebastian. Ich bin hier als Teamleiter verantwortlich für den Standort Büttelborn. Wir suchen hier für den Standort Büttelborn sowie auch im Außendienstbereich Verstärkung als Kältetechniker. Grundvoraussetzungen sollten sein Ausbildungen zum Kälteanlagenbauer oder Mechatronik für Kältetechnik. Scheu dich nicht auch bei uns als Quereinsteiger reinzukommen, denn wir bilden aus, bilden weiter und bringen dich auf den neuesten Wissensstand. Auch hier in Deutschland vermieten wir Notstromgeneratoren, Kühnanlagen und Heizanlagen, die mobil sind, vor Ort beim Kunden für eine gewisse Zeit lang stehen. Die Arbeit wird auf jeden Fall nie langweilig, sei es für einen Mitarbeiter am Standort, der täglich Gerät neu fit macht, oder sei es für einen Mitarbeiter im Außendienst bei täglich wechselnden Kunden. Hallo, ich bin der Tim, arbeite seit einigen Jahren bei Acreco und bin für den Bereich Kältetechnik zuständig. Ich kümmere mich um den Aufbau, die Inbetriebnahme, die Betreuung vor Ort und den Abbau der Kälteanlagen. Dabei könnte ich Hilfe gebrauchen, weil unser Unternehmen wächst. Wäre das was für dich? Für uns selbstverständlich eine leistungsgerechte Entlohnung, ein komplett ausgestatteter Service-Van, Schutzausrüstung, Smartphone, Laptop und bei uns ganz wichtig, betrieblich organisierte Weiterbildung. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann klicke hier unten. Genau, auf den Link, beantworte uns ein paar kurze Fragen und wir werden uns umgehend mit dir in Verbindung setzen.